Ja meine Freunde, was geht ab? One Piece, Pyroverse, Drei Digga, was geht ab? Jetzt mittlerweile geht alles wieder. Ich muss dir leider Kapitel 1 unterbrechen. Ähm, nichtsdestotrotz, machen wir jetzt weiter. Das erste Video hat doch alles so ist, alles okay. Das ist alles echt okay, es ist kein Witz. Es ist echt alles in Ordnung, es ist nichts passiert irgendwie. Ähm, nur irgendwo kurz vor Ende spackt es ein bisschen rum. Sollte eigentlich nicht, wollte ich eigentlich auch nicht. Aber kurz vor Ende spackt es rum. Ich entschuldige mich dafür echt ohne Ende. Deswegen habe ich jetzt hier, ähm, noch einmal die Aufnahme neu gestartet. Komm ganz ehrlich, wer kennt die Geschichte nicht? Dass Ruffy von dem Vogel gefangen genommen wurde und nun auf der Insel von Buggy gelandet ist. Shell Town. Und jetzt will Nami Ruffy abgeben, damit Buggy denkt, ähm, oh Nami ist doch so lieb und alles andere. Und wer kennt es jetzt nicht, dass Ruffy mit der Buggy-Kanone eigentlich umgebracht werden soll? Ähm, R-R-Wachstum geht ja nicht. So, jetzt beginn wir, ja? Entschuldigung. Juhu, Klopperei! Mit dem Terratorum kann man das auch ja schon eigentlich, Terratorum erobern und dann gehört es uns. So, wir leider wie nur möglich verdreschen. Bis der Anführer kommt und dann sozusagen ihn eine reinballern. Kennen wir ja alle schon. Müsst wir, glaube ich, nicht unbedingt wiederholen, Leute, die One Piece 1, 2 gespielt haben. So wenig. Gar keine. Ja. 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 Oh nein! Ah! Also hier ist der Einführer. Ah! Oh nein! Ah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir können uns da gut sein. Das kann ich nicht gut sein, Captain! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich habe mich nicht verletzt, oder? Du hast mich nicht verletzt. Das ist gut, aber ich würde mich nicht verletzen. So, bitte! Okay, fertig! Ich bin der Grand Line für uns. Ich bin der Freund. Ich bin der Kaisu. Ich bin der Kaisu. Na los ist dann, gimme mal! Bam! Das ist ein Wettbewerb. Was ist das? war die falsche Richtung eingeschlagen scheiße ohnehin ja 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 Drei Schwerterstil. Boah. Alter, 200, ey. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wie er... Sag tschüss. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Und nochmal neu. Du hast es, Luffy. Es ist sehr schön. Ich bin. Ich habe nicht vergessen, dass ich diese Gesichter habe. Das ist ein Freund, oder? Du bist der Wage? Ich habe mich mit dir geholfen. Ich will jetzt das Schein und mir alle reinballern, dann kannst du von mir was machen. Das glaube ich mein Scheiß hier. Helden Power, wir siegen allwieder und Co. Tschüss Talbida. Doch nicht. Doof wie Bohnenstroh. Das glaube ich. Ja, ja, lecker mich doch. Macht doch alles schon. Und reich wär das Deal. Heapkanone. Ich gucke mich dahin. Ich gehe dahin und gucke, was das da ist. Ich kann meinen Spaß haben. Weg da. Privatenkönig. Gesindel. Ich wollte noch jemanden verdreißen. Und der schönste Baggies Mannschaft nicht. Jawohl. Oh geil. Dresch überall. Aktion des Dreschens. Aktive Sterbehilfe. Aktion des Dreschens. Eheh! Oh 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 Schwerterstil Heepkanone Na? Schön, dass man die spätestens morgen im Internet hört Wenn morgen das Video oben kommt Ich sollte heute hochladen und sagen Guck mal, Freunde, da ist mein Mutti hier Die kann rappen Oh crap Was machst du dann? Was machst du am meisten schon gut? Oh 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 Heepkanone Alter, wieder die alle wegfetzt Ey, echt alle Oh 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 Ah, schon eingenommen, geil Und mit euch dann Oh 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 Die Oh 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 Ich will jetzt Alvider noch holen. Weg. Weg. Ich will wieder die dumme Nudel holen. Alviderchen. Komm mal zu Peterchen. Da bist du ja. Ich will wieder die Ballad. Ich will wieder die dumme Nudeln. Ja, Alter. Ja, ich will wieder die dumme Nudeln. Die labert jetzt nichts. Ich kann jetzt auch nicht ganz rum labern. Ne, der schwingt jetzt nicht runter. Da kommt der Buggy vor. Buggy wartet doch nicht. Nimm doch. Huh? Beide ich schon. Gott weg. Buggi irgendwo hier, Buggi. Schaff ich noch. Oh, schade. Ich glaube, ich glaube, Buggi. Ja, gut. Und ich glaube, Buggi. Vielen Dank. Vielen Dank.